Musik Konnichiwa ihr Chibis und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sky Saga Ja Äh Ich bin gerade am gucken Denn ich habe äh Eine neue Waffe bekommen So Und äh auch eine tolle Mütze Die zeige ich euch auch gleich Schmeißt ihr euch weg Sowas affiges Und das bleiben wir da So und zwar Nein man sieht es jetzt nur von hinten Super sexy Absolut sexy So aber in dieser Folge Wollen wir direkt mal wieder ein Abenteuer bestehen Bin ein bisschen außer Atem Hä ich weiß gar nicht warum Ähm Waldabenteuer denn Bei der Gelegenheit kann ich mir dann direkt auch ein paar Äh Holzdinger wieder sammeln Zum Hausbau Guckt euch das mal Ist das nicht süß Eine Waldkappe Total bombig Na ab durch da Wuhu Mal schauen was wir diesmal wieder an Schätzen finden werden Erstmal ist es wieder Bilder Mhmmm Ja komm Nehmen wir das Und äh Nehmen wir das Ich mag Leuchte Sachen Ja Na komm Schick uns in das Waldabenteuer Zack Gute Nachrichten Agnes hat dich noch nicht für die Latrinenarbeit empfohlen So wie ich sie kenne Ist das ein sehr vielversprechendes Zeichen Sie untersucht ein mysteriöses Bauwerk in der Nähe Bitte hilf ihr irgendwie wenn du kannst Jawohl Sir Machen wir Also ein bisschen langsam das Ding Aber okay Ist das hier Erdholz Machen wir erstmal eine Baumprobe Erdholz Sehr gut Das heißt ich kann dann hier wenn wir die Abenteuer bestanden haben noch ein bisschen Holz mitnehmen Insofern ich denn etwas Platz im Inventar übrig habe Aber jetzt machen wir erstmal die Aufgaben hier Black Da geht es wieder los Der Totenacker Finde eine mysteriöse Struktur Und äh Finde drei Plane Lockets in the Graveyard Machen wir doch direkt mal Wenn ich den Eingang finde Natürlich könnte ich mir jetzt einen machen Und man will ja die Schönen Örtlichkeiten nicht immer unbedingt direkt zerstören Reicht wenn ich da ein paar Leute kenne die einfach mal voll am Randalieren sind Alles kaputt machen Da warten sie schon auf uns Die ganzen Aushilfs Skeletters Erstmal voll Entschuldigung durch den Leck Leckt ein bisschen Axt her hier gerade Immer gespannt wie der Special aussieht Oh Gott Nicht sterben Gucken wir uns mal den Special an Und Wat ein Schwinger So was haben wir denn da Einfaches Medaillon Ich glaube das ist für die Quest Genau Ah das sind diese Plane Lockets Quest fertig Sehr schön Die nächste Quest ist die mysteriöse Struktur finden Die wird sie wahrscheinlich irgendwo da im Inneren verbergen Hallo Ah ja Hier ist noch viel los Gucken wir mal rein Da war sie noch nicht mit dabei Wahrscheinlich unbedingt hier zu sein Dieses mysteriöse Strukturchen Gucken wir mal weiter Da ein Turm Steuern wir den Turm an Aber schön hier Was ich auch gesehen habe In der Stadt des ersten Lichts Da ist es sehr weihnachtlich Jetzt vielleicht finden wir da gleich dann auch Zeit Dass wir da auch mal hingucken Entdecke was unter der mysteriösen Struktur ist Ach das soll die mysteriöse Struktur sein Aha Und besiege fünf niederträchtige Banditen in der Ausgugnadel Können wahrscheinlich da drin sein Hallo Doof gelacht wird schon Und es laggt und ruckelt ein bisschen Aber es ist eine Alpha von dem her darf es das Darf er das Ja hau zu wie ein Hufschmied die Keule du Zwei Hits ist ordentlich Bam Da haben wir die ganzen Typchen Zweck geboxt Die wir wegboxen sollen Haben die irgendwas getroppt was ich gesehen habe Ne sieht nicht so aus Okay dann gehen wir weiter hoch Erstmal ganz in die Spitze in die Ausgugnadel Wieso haben wir erstmal mit der Faust drohen hier Hey schau dich Nein bitte nicht So hier haben wir eine Kiste Und ein bisschen Eisen drin So Ah ja bei mir zu Hause habe ich jetzt den Keller Soweit schon mal ein bisschen fertig Also der Platz ist ausgehöhlt Die Wände stehen Beleuchtung sitzt Die erste Kiste steht Also kann ich da dann Mich auch bald mal darum kümmern Weitere Kisten zu fertigen Und dann mal ein bisschen Ordnung zu bringen Ja so hier ist Nix Aber da oben leuchtet was Könnte die Lampe sein Ich bin mal So dreist Leuts und Verschaffe mir einen Weg Geht nach oben Ich will wissen ob da eine Kiste ist Ja bringt natürlich viel Wenn ich mich nicht nach oben baue Aber Ich habe jetzt Blöcke Ne Komm her Komm ich hier hoch Na hier Geht nicht wegen dem Teppich Alter Dann wieder das Klöppelwerkzeug in die Hand Oh vorsichtig Linsen Gib es da Kiste Hallo Oh wo ist die ist doch Wo ist die ist doch Schräubchen Gürtelkram Und so komische Platten Whatever der Cheat ist So Dann wieder ab runter Die Steinchen nehme ich mit Wenn ich sie schon abgeklopft habe So Hier haben wir nix Also gehen wir weiter runter Hier ist ja auch unterhalb der Komischen Struktur Ich denke mal das sollte irgendwie Gebäude heißen oder so Gucken wir mal hier rüber Ist da was Ne Aber Hier ist nix Ist wahrscheinlich doch was anderes gemeint Ach das soll das sein Okay Gut Dann haben wir hier die Quest fertig Geheimnisvolles Gebilde Ich tippe mal drauf Das soll das hier darstellen Hier sollen wir ja auch Die Madame finden Ich weiß jetzt ihren Namen leider nicht mehr Würde mir gleich einfallen Wenn ich ihn wieder lese Oh shit Da ist sie Holy Macaroni Hat wohl hier vorne einen Eingang Ja 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 Ein riesiges Tor Agnes Hi Ich habe die unteren Ebenen noch nicht untersucht Geh ruhig vor Aber gerate nicht in zu viele Schwierigkeiten Pff Das ist ja öde Wenn nicht Aber hier haben wir erstmal Kiste Mit einem Schwerz Cool So und was sollen wir jetzt machen Suche nach Truhen in der Ausgrabungsstätte Ja das werden wir nochmal tun Wo geht es hier runter Da Oder Mehr oder weniger Au Ne Okay Wie wäre es denn mal Wenn es hier so was wie Treppen geben würde Ist ja übel Oh Gott Äh Auch hier keine Truhen Da sehe ich Gegners Lach nicht so doof Aufs Maul Oh Gott wer bist du denn Hier sind Truhen Da ist noch eine kleine Entdeckerrang 6 Wuhu Das heißt wir Wir haben wieder Post von der Entdecker Gilde Ich bin mal gespannt was wir uns schicken Was ist das hier Willst du was besonderes Sieht nicht so aus Den erkunden wir mal weiter Böse Pupens Wieder Einen weggeboxt Zwei weggeknüppelt Und der nächste Wer hat noch nie Wer will nochmal Eine Klatsche Von dem Meister Rangaufstieg Skeletterschreck Oder irgendwie so ein Titel wahrscheinlich Knochenbrecher Okay Und nochmal ein Rangaufstieg Wuppi Das große Mausoleum Oha Oh 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 Bleibt mir weg Kommt einem Stab an und wird direkt erstmal weggehauen Ah wieder so ein heldenhaftes Abzeichen Das große Mausoleum Da jodelt schon wieder jemand Your lady Da ist nix Da ist einer der was auf den Deckel will Klang eher wie so eine alte vergammelte Autohupe jetzt gerade was der für ein Geräusch gemacht hat Ja Fand sie lustig Ich auch Und es geht noch weiter runter Ein bisschen Wolle Ne Also mit Treppen habe ich es Mit Leitern habe ich es nicht so Da kommt er angerannt wie so ein Berserker Böhm Erstmal einen auf den Deckel Und direkt noch eine Da Bitteschön Da Der will nicht Die Endkammer Oh da wird der Boss drin sein Ja Da sehe ich ihn schon Der gelb leuchtende da Mit haufen weißen Kollegen Machen wir erstmal die kleinen weg Das ist immer so die Best funktionierende Taktik Uh Weil die nerven irgendwann Mal guck an Der Boss hat keinen Bock mehr Äh Du ignorierst mich Äh Ne tue ich nicht Guck Lol Ehrlich Dann kriegt er jetzt Einen Schwinger mit hier Naja Ah Bin das noch ein Bernstein Schatz Und das war es Oh was ist das denn für eine riesige Strahlende Disco Kiste hier Ah Was bist denn du Ein nicht identifiziertes Artefakt Bringen sie das nicht Identifizierte Artefakt Zu Agnes Das heißt man muss Einen ganz schönen Weg wieder nach oben laufen Gucken Gucken ob ich das hinkriege Höh Ja Soweit schon mal So So denn hier lang Genau jetzt haben wir wieder Mausoleum Aber was bist du für ein Leuchtesteinchen Hier kann ich dich mitnehmen Nein Schade Das ist echt schade Trottel Ich sage es ja mit Leitern Habe ich es nicht so Ja geh doch Kacken Mache ich mir halt Einen einfacheren Abgang So jetzt sind wir schon mal Wieder hier Jetzt sind wir gleich Wahrscheinlich wieder in dem Raum Wo es so komisch nach oben geht Ja genau Toll Super Dann schaffen wir uns halt wieder einen Weg nach oben Sollte noch ein weiterer Abenteurer kommen Würde er sich sicherlich freuen Dass ich hier dann schon einen Weg vorfinden kann So Noch weiter hoch Ähm Warum mache immer ich jetzt die Blöcke hier weg Klöppel Aber ist egal Komisches Geräusch Ja Skeletas Ein Ruder Skeletas Hoch da Los Au Hä Bist denn du Deppert Und noch weiter nach oben Mä Nicht dass ich jetzt irgendwo Unter diesem Gestein rauskomme Dass ich gar nicht abbauen kann Bin ich schon ganz oben? Ne Überziehen wir mal eine Kurve rein hier Wieso komme ich da nicht hoch? Ah Okay Komm Rein los Hoch Freiheit Noch nicht ganz Jetzt Freiheit Agnes Ich hab da was gefunden Kannst du mal identifizieren für mich? Nun Das ist ein neuguter Fund Recruit Ich habe noch nie einen davon gesehen Aber es sieht wie Bernsteinschatz aus Versuche es mal bei Tao Ying in der Stadt Und mal sehen was sich davon hält Aber pass auf bei ihr In Arbeit Kavescht abgeschlossen Somit haben wir hier alles fertig Ähm Jetzt wollte ich eigentlich noch ein bisschen Holz mitnehmen Machen wir auch mal im Eilverfahren Ohne Sobald ich ein Rudelholz eingepackt hab Gehts dann weiter Und wir wandern auch in die Stadt Rangaufstieg Warten wir Rüstig mal kurz noch eine Zweite Dingens aus hier Dann geht das ein bisschen zügiger Und wir sehen uns gleich wieder Lasst die Holzverarbeitung beginnen Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.